Musik Hallo, ich bin Foti Amanatidis von der Piratenpartei Deutschland und ich kandidiere für das Europaparlament. Vom Beruflichen her bin ich Netzwerkadministrator und Politikwissenschaftler und dementsprechend kann ich mich sehr gut einsetzen für Sicherheit im Internet und gegen die anlasslose Überwachung der Bürger. Es liegt an dir, dich zu beteiligen. Geh wählen. Bane Gepsifisi Bane Gepsifisi Bane Geksifisi A Twenty八 A Twenty tadi Untertitelung des ZDF, 2020